Es ist eine Bestimmung. Frei zu sein. Und? Spürst du das? Hörst du das? Ja. Hab ich auch sowas? Eine Bestimmung? Das kannst du nur selber herausfinden. Da drin ist ein Pferd und es braucht Hilfe. Ich vertraue dir. Ostern vertraut dir. Solange du das nicht vergisst. Das vergesse ich nicht. Versprochen? Versprochen.